die finger gekriegt wo sind sie in einem auto sie fahren schnell und marcus irgendjemand verfolgt sie ich schätze jemand will das was sie wissen ich suche mir was schnelles und schnapp sie mir zuerst ich bin dabei okay können wir fahren weiter her das ist ja wenn alle von stelle zu sein mit deinem auto war wir haben es geschafft schönes ding okay müssen wir reinkommen und dummerweise dann renne ich gerade eine bergrunde und einwandfrei das kommt mal gut wurde zuvor überfahren aber wir haben im richtigen moment unseren taser gezückt und somit ja geschafft sehen die uns wieder ich glaube wir müssen doch weiter ok weiter ich renne schon seit der stunde rum so weise rennt er nicht schneller ok fliehen na gut hoffen wenn wir das nächste nix in die frede gucken und uns dann finden da hinten ja wo ist die nacht wenn man sie immer braucht wir werden überhaupt nicht aufgefallen dann rennen wir den berg und das wird wieder eine endlos flucht ab auch er hat die schlöße verlassen wir müssen ihn aufhalten ok fangen wir dann sind es gar nicht also jetzt sind sie überhaupt nicht an es wird doch ein bisschen Gas geben denn da okay das ist doch nicht langgefahren hat ein bisschen Angst um den Polizisten dass der uns irgendwie näher kommt aber hat kein Interesse dran auch nicht schlimm ja ich fand es gut also dass wir den so ausgeschalten haben und da noch ein bisschen ein paar Follower bekommen haben äh ja wir hatten nichts mehr verfolgt können wir uns über die unserem Ziel widmen und zwar wir wollen nach hier ich dachte umsonsten würde die Mario hacken und dann im Polizei kämpfen aber nein einfach teils auch das ist echt ja wenn wir nah dran sind dann ist das ganz gut müsste man doch mal wohllegen auch da die Reichweite zu erhöhen dann noch ein bisschen mehr raus zu holen das ist nicht schlecht aber ja nur auch nicht allzulang nicht tanzen so 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 da also da oben ist das Haus da stand ich da eben schon mal rum wo es angefangen hat und da ich habe einen Mann gesehen da gibt es noch so einen kleinen elektrischen Zaun äh achso jetzt passiert okay zwei wach ich habe eine Nutzerdaten lokal. Wenn du Zugriff auf das Material mit den Leuten hast, die das Haus ansehen, reicht das aus, um Alarm zu schlagen. Verstanden. Meine Systeme laufen optimal. Oh, das sieht man so. Okay, das war gar... Ah, Roboter-Meister. Ist der jetzt für uns? Guck, der Roboter ist gleich wieder aktiv. Mal schauen, was der dann macht. Okay, und? Schön, er fährt wieder weg. Gut, so, der ist erstmal kurzzeitig losgeworden. Ach, schau. War das von der Roboter, den ich gesehen habe? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt war aber schon vorhin dann der. Meine Systeme laufen optimal. Fährt jetzt hier lang. Okay, mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle, wenn wir uns das umsetzen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ach, nein, 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 hör auf. Da lang. Okay, und jetzt Auto. Mal gucken, ob es so funktioniert. Ah, das dauert, aber ich werde echt ums. Ach, nein, das könnte ich schon loslegen. Ich wollte gerade rummeckern. Ich wollte gerade rummeckern, ne? Oh, das dauert aber lange nicht. Früh, 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 früh. Okay. Schönes Motorrad. Badewalle. Wir müssen jetzt... Ah, Stufe. Kamera. Kamera. Willkommen bei Home, dem Smart Home der Zukunft. Während Sie die Tour durch unsere Anlage genießen, nehmen Sie sich Zeit, sich richtig gut zu sehen. Berühren, fühlen, öffnen und nutzen Sie jedes Objekt nach Ihren Wünschen. Dies ist Ihre Erfahrung, Ihre Reise. Und wenn Sie sich dann entscheiden müssen, bedenken Sie, es ist kein Heim, wenn es kein Home ist. Alles sicher. Okay, wo es ist? Komm, der ist hin? Keine Ahnung. Ah, doch hier unten ist es dann. Sollte es doch gut sein. Und können wir es jetzt bedienen? Na, da müssen wir gleich persönlich rein. Okay, komm. Und die Punkte auszulösen, dass wir das ausscheiden können, die haben sich echt gelohnt. Ach, halt, ich komme gleich durch die Tür durch. Woa Aha Gut. Jetzt gucken wo ich mich jetzt am Gyms hin machen kann. Ach, ich bin da noch drinnen. Und so finde ich jetzt hier was zum Öffnen. Zum Tür öffnen. Wow. Okay, wenn wir reinkommen. Ach Leute. Wir sind so ein Mist wieder. Wie gehen denn die verkackten Türen auf? So dass ich reinkomme. Ah nein, da sieht man es oben. Okay, da wurden wir gesehen. Schicken Position einer 1033. Anweisungen folgen. Ah gut. Super male. Okay, jetzt haben wir gerade... Oh, 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 oh. Ah, das war ja auch gerade echt dumm. Darum sind wir jetzt eigentlich die Tür offen. Hier Langstelle, wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. ok noch rauskommen irgendwie ach so halt stimmt ja alarm ist ja eh schon da und daher kann es nicht schlimmer werden wo gehst du jetzt hier raus allein das wollen wir nicht haben ich jetzt wo gehst du jetzt hier raus ich wollte gerade so cool durch die wahl fliegen aber es ist eine kamera und dann komme ich hier rein und das bringt uns nichts wo sehen die uns denn noch gut wir machen das altmodisch und dann einfach durch die vordertür raus willkommen daheim neuer benutzer ich hoffe die position ist war ja nein bitteschön ok ok nach diesem naja sagen wir mal durchwachsenen versuch schön aber abgeschlossen irgendwie es war zeitweise ganz gut und warum müssen einfach so ich hätte mit dem ding gleich das hängen soll das war der fehler schade na gut hier gibt es irgendwo location wo ich was haben könnte das ist nur eine weiterleitung die daten werden woanders gespeichert ja seht ihr irgendwo den turm ich sehe ihn gerade nicht verzeihung ich glaube da ist er ich habe mich alle wo solche dinge ach so erfüllt gut so machen wo es lang geht und zwar ach hier ist auch unsere kleine mission der erste punkt wo wir jetzt rein sind der war am besten zu na ja gut sei es drum konnten ja auch kommen die haben sich weiter verfolgt von daher ist es nicht ganz so schlimm hoffentlich rutsche ich gleich nach unten ich könnte denken es wird ja 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 da gleich passieren und jetzt wohin soll ich denn jetzt bitte schön gehen ich weiß es nicht was waren die zwei ne gut ne gut na gut kümmern wir uns um die nächste mission und dann müssen wir ganz nach hier fahren was ist das eigentlich für einer machen wir erstmal das hier zu ende aber wir können uns erstmal um abladen ach so Auto haben da eigentlich ein neues ach ne nur die 2 so wo ist er echt jetzt wo ist es ach ich finde es nicht wenn ich hier mitten durch die berge und überhaupt gar nichts weil ich auch nie nach oben gucken hätte ich nach oben gucken hätte funktioniert dann hätte ich nicht reingemusst dann hätten wir das so machen können und hätten jetzt immer den einen ausschalten können immer und immer und immer wieder aber nun gut hier stand vorne unser Motorrad rum hier stehen ich wollte gerade sagen das ist unser Auto eigentlich nicht aber hallo echt da oben auch noch ein bisschen Geld ok hier ist ein Dingspunkt wo ist der wo ist der hier auf dem Haus sollte der sein dann oder kann wieder hoch nein da kommen wir natürlich nicht da ist noch andere hingerendet nein wird nicht besser na gut ok komm gehen wir weiter wir haben ja noch was zu tun oh was ist denn das das ist ja schick warum das Ding so weit weg steht weiß auch keiner das ist ja das ist ja klar und der Mann Auto ja wenn die Polizei rufen dann fahren wir die irgend so was ähnliches gut hier gibt es noch was zu finden oh nein wieder so ein Ding oh was war das bisschen gestorben was 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 beschützen die da bitteschön ok wir sind unsterblich wir sind wieder da wir versuchen es natürlich nochmal habe ich Geld verloren oder haben wir Geld verloren äh klauen nicht da kann auch ein Stückchen kann auch ein Stückchen wow das ist alles duck dich bitter ach so jetzt erst alles sicher nichts zu vermelden ok und das Smartwort schön ja hat sich eigentlich auch nicht gelohnt aber ok haben wir jetzt abgeschlossen mal weg wow so wir wollten nach von tot nach hier und da noch wo man es dort zu weit gibt geht dann noch wo man es nur alles geht dann noch so dann noch wo man es dort zu weit ist dann noch so ja auch schön städtchen Das ist jetzt trotz des Fahrens irgendwie immer noch komisch. Kann mir nicht helfen. Ein bisschen viel zu leicht klingig. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert, weil die anderen Emissionen die konnten wir bis jetzt nicht abschließen. Wir haben es so gut da rein geschafft und dann geht es nicht weiter. Es ist ärgerlich. Mal gucken, ob es hier funktioniert. So, okay. Ja, das hat sie. Können wir runterrennen? Da ist ein Böse. Wie komme ich denn jetzt wieder hier rein? Das Song. Ach Leute. Schön. Ganz toll. Ganz großes Kino. Da ist dahinter, um dann wieder ganz drum herum zu rennen. Ich bin so begabt. Hm, ja. Da hast du recht. So. Geh weg. Bitte. Okay. Was für... Yo. Was für... Yo. Oh. Geh doch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay, wir machen das Ganze im nächsten Video nochmal, versuchen das ganz, ganz ruhig. Ich bedanke euch für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, euch auch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Nicht vergessen, das Ganze zu kommentieren, abonnieren und dann wieder nach oben zu geben. Vielen Dank für das Dabeisein. Bis dann, bye, euer Kutsch.